Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu einer weiten Folge des Cities Skylands. Das ist jetzt direkt nach der vorherigen Aufnahme. Und ja, ich stelle fest, eine Mittelkunde ist voll. Und die ist zum dritten Volk. Heißt, ich glaube, ich packe mal eine daneben, bevor wir weiter über das Spiel weitermachen. So. Ich würde mich hier nebenpacken. Wenn die hier um einiges nicht in der Stadt dran ist, möchte ich da... ...dessen die für die Endgut führen. Weil ich kann nicht nur ganz nah in der Stadt dran sein. Ich würde da egal sein, ja. Ich mache hier nämlich eine Durchwärtsstraße für... Ne. So. Durchwärtsstraßen nur für... ...und ich... ...und ich... ...ich... ...und ich... ...kern ja mal nett sein... ...und scheiden dass nicht der große Verkehr durchfließt. Das ist ja ja wiederum. E-Long Stream. Brauchen wir einen Händler eigentlich. Super. Ich würde es hier schon mal vorbereiten. Ja, super, dass ich mich mal wieder nicht entscheiden kann. Ich hätte da gerne zweispurig. So, natürlich. Wo ist hier schon verkehrt? Und warum ist hier unten nichts los, verdammt, Norma? Okay, oben kann ich sein. So, wir müssen hier unten dringend weiterbauen. Okay. Ich würde mich noch nicht verletzen. Ich würde mich noch nicht verletzen. Ich würde mich nicht verletzen. Prozent 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 Ich kann eigentlich die Dinger nicht reinigen. So, da fährt noch ein bisschen größer aufgezogen. so Fertig ist es. So, ich bin jetzt mindestens schon mal in der Lage, ein bisschen was zu erkennen. So, ich bin verzwächernd zu reagieren, aber wie viel ist es noch nicht, nein, scheiß auf, jetzt ist es was, nicht genügend Geld. Wir warten, wir warten, wir warten immer noch. Es fehlt gerade auch, dass ich zwischen den zwei Aufnahmen den Timer nicht passiert habe, egal. Dann muss ich eben das machen, was das Bock wirklich hat, nämlich scheißen, anhand der Zeit ich ja sehe. Was will ich nicht haben? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, Gotti. Das ist nicht toll. Ich brauche die eigentlich so hoch. Ich brauche das noch ein Fing. Ich brauche das noch ein Fing. Ich fahre immer tiefer. Ich brauche das noch ein Fing. 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 Es geht mir erholt. Es geht mir erholt. Es geht mir erholt. Und wir machen wieder Minus. Oh, wie ist das alles? Ich habe hier fast gesehen. Es geht mir erholt. 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 Es steigt schon hier. Es ist nicht toll. Es geht mir erholt. 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 Soll. ja 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 nein ich kann ja keine Strasse werden das ist doch alles kacke ich will nicht ja zu wenig Dienstleistungsvorricht kann ich nix tun machen das nervt mich echt so, aber ob die Stadt sich wieder erholen wird und so weiter das sehen wir alles in der nächsten Folge diesmal achte ich auch darauf, dass ich den Thema stoppe ich werde nämlich direkt noch eine Folge aufnehmen und ja, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal Tschüss